Arbeitskleidung waschen kann jeder. Wir von Dressline leisten weit mehr. Direkt vor Ort, bei Ihnen. Denn wir haben regionale Partner, die das Land und die Leute kennen und die wissen, worauf es Ihnen genau ankommt. Moin Moin! Guck mal, der macht mich wieder fix und fertig hier. Wir halten die Arbeitskleidung auch dann in Stand, wenn sie einmal den Strapazen ihrer Branche nicht standgehalten hat. Mit unseren praktischen Clips werden Schäden an der Kleidung markiert, die wir dann schnellstens für Sie reparieren. Ja, kruzi, fix noch einmal. Gebt auch Abacht. Zu Ihrer persönlichen Bequemlichkeit passen wir Ihre Kleidung auch gerne individuell an. Wir sortieren die Wäsche auf Wunsch direkt in Wäscheverteilerschränke ein und liefern exakt nach Ihren Terminwünschen. Das ist ein Dreck da unten her. Ich sag das. Ja klar, logisch. Wir waschen auch. Und das natürlich richtig gut. Auch da, wo es ganz besondere Anforderungen an die Sauberkeit und Hygiene gibt. Können doch, mein Herr. Wir von Dressline lieben es einfach, Ihre Berufskleidung perfekt und rundum zu versorgen. Ganz so wie Sie sich das vor Ort wünschen und es uns am meisten Spaß macht. Dressline. Das ist ein Service. weh. Du bist. Du bist. Vielen Dank.